wenn der sturm gleich kommt werde ich die dinge am tor platzieren ich hoffe dass zu viel geht nicht kaputt durch den sturm aber ich werde die dinge definitiv am tor platzieren schade genau das habe ich nicht aufgenommen oder sehr schade sehr schade die 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 haben sequels die 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 man nicht keine machen sondern ist da und Ich denke, soll ich euch jetzt mal zeigen, was Muka in der Base macht? Ey, geht mal auf den Giga und lauf mal in die Base rein. Tenshi, die sollen mit dem Giga in die Base reinlaufen, alles aufessen, go, go. Wir versuchen hinten den Drachen zu safen, aha, aha. Kiese, geh mal auf den Giga, lauf mal in die Base rein, beißt alles kaputt? Solange ein Sturm noch ist. Wie geht das an,ITT den Giga in die Base rein? Nimm den Giga, lauf mit dem Giga dem hinterher. Nimm den Giga, lauf mit dem Giga, lauf mit dem Giga, lauf mit dem Giga. Nimm den Giga, lauf mit dem Giga, lauf mit dem Giga, lauf mit dem Giga. Nimm den Giga, lauf mit dem Giga, lauf mit dem Giga, lauf mit dem Giga. Hey du haust auf deinen eigenen Kollege Warte ich schieße hier oben entgegen, dann können wir die Munition looten Tänkt nicht zu viel, ne? Hilfe, ich werde geboxt Hilfe, helfen sie mir Hilfe, bitte Hey da boxt noch einer, da boxt noch einer Haben die noch hier irgendwo Betten? Haben die noch hier irgendwo Betten? Hmm. Jumpshot! Okay, dann eben. Jungs, geht mal weg. Oh, da ist hier Loch drin. Alles gut. Du kannst dir vorstellen, was ich getrunken habe. Ich glaube schon so 1, 2, 3, 4. Ja. Aber das könnte man jetzt theoretisch brüten, oder? Halt dein Flame über dein Team zurück. Ich kann aber nicht. Aber ich muss. Kein Ding. Kein Ding, Oli. Kein Ding, Oli. Kein Ding, Oli. Kein Ding, Oli. Und zum siebten Mal. Was hat das mit den verschiedenen Servern auf sich? Ganz einfach. Ja. Wir haben unseren Server leer gemacht. Weil wir dort alle gekillt haben. Jetzt gehen wir auf den anderen Server und machen da alle leer. hier. Mimim, gib mir mal eben den Quetz. Bleib mal drauf. Da muss noch der Generator. Du auch. Der Junge, der darf gar nichts in seinem Leben. du kannst davon ausgehen die haben so gut wie alles gesaved was wichtig ist aber uns ist wichtig wie auch mal so die base vernichtet haben keine base mehr die haben zwar die guten sachen gesaved juckt uns aber nicht haben die gesachen halt punkt ist so ja dafür haben die keine base die können uns nachts nicht mehr angreifen wir haben wie viele drachen haben die verloren 567 wir haben eh alles hochgeladen scheint aber kommen seid ehrlich die drachen kämpfe das war geil oder das war geil zum allerersten mal gegen drachen gekämpft wir haben zum allerersten mal offiziell auf einem offiziellen server gegen drachen gekämpft und ich finde wir haben uns perfekt gestanden einfach jetzt nach unten 90 grad nach unten ich würde mir gerne wissen hat das euch gefallen oder nicht ich will ein jay oder ein nee ein jay oder nee sollen wir öfter raiden oder sollen wir seltener raiden sollen wir lieber öfter farmen jay oder nee in den chat ein jay oder ein nee öfter raiden oder öfter lieber ein bisschen so farmen saufen oder einfach beides oder einfach beides geht ins ihr 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 Vielen Dank.